Auf jeden Fall bin ich mal wieder back auf Twitch. Wir spielen das mit einem zusammen und zwar mit Moritz. Das ist nur gerade auf Toilette und ich habe in der Zeit hier alles vorbereitet. So, wir warten gerade auf ihn. Wir haben hier auf jeden Fall für den Anfang eine Schrottkarre. Wir müssen ja auf jeden Fall irgendwie Geld verdienen und so. Ich habe gar keine Ahnung, wie das geht. Oh ne, oh, ich wurde gekickt. Ja, ich habe schon gedacht, du musst mir ein bisschen helfen. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Kack-Game funktioniert. Ich glaube, du hast es auf jeden Fall mehr gespielt als ich. Also von daher. Du musst schon einiges mehr wissen als ich. Also bist du eingefahren? Achso, ja, stimmt. Das hätte ich ja schon folgen können. Ich bin gerade dabei, sage ich mal so. Oh, jetzt fängt es schon wieder an zu pissen. Was soll das? Ja, das riecht irgendwie immer. Alter Junge, die hüpft aber auch ganz schön, die Karre. Ich fahre einfach schon mal dahin. Bin schon unterwegs. Ich fahre ganz stillig. Ich mache hier keinen auf. Ich gebe Vollgas und mache meine Karre kaputt. Zumal bei der Karre, glaube ich, eh nicht so viel käme. Ich gebe jetzt gerade Vollgas. Das ist nicht wirklich viel, was da ankommt von der Karre selber. Das ist ja wirklich, ich kriege da kaum was hin. Na gut, langsamer fahren sollte ich, damit ich den Chat lesen kann. Ohne, dass ich irgendwo gegenfahre. Oh, hier geht es ja runter. Ah, ich bin in der Hütte. Sollte irgendwas sein, aber... Bei mir ist hier nichts. Ah, du musst zurückfahren auf die Straße. Also auf die Asphaltding, Asphaltweg. Okay. Und dann rechts. In welche Richtung rechts? Ja, es ist erst witzig, wenn man ein besseres Auto hat. Ja. Wenn man es ein bisschen upgraden kann. Ja, genau, fahren wir da lang die Straße. Und hier links, links. Da siehst du es. Ah. Bro. Auf 40 kmh ist schon gut für die Karre. Im Rückwärtsgang. Und hier links, dann sozusagen eine der Stationen. Also hier ist einmal links, das grüne ist Garage. Und hier kann man neue Missionen annehmen. Warte mal, ich gehe mal in deine Party. Ah ja, die Handbremse bringt gar nichts bei den Karren. Gar. Ja. Perfekt, Digga. Ja, täten keine Bremsen. Das ist einfach das Auto. Perfekt. Wie viel Geld hast du? 1.409 Dollar. Ja, kannst du ja auch nicht irgendwas kaufen. Kann ich das Auto upgraden einfach nur? Genau. Aber das ist halt, das hat nicht so viel Kapazität. Das heißt, du bekommst weniger Geld, weil du nur deine Sachen nehmen kannst. Ein Pigeon nehmen ist ja noch schlimmer. Ja, komm, schaffen wir vielleicht doch die 100. Ah, ganz knapp. Noch nicht geschafft. Ah, 100 ist schwierig. Aha, 100. Nein, entgegen mit dem Pigeon. Oh Gott. Was passiert eigentlich, wenn jetzt meine Karre kaputt ist? Muss ich das bezahlen? Ja. Ach du Scheiße. Das heißt, ich muss auf meine Karre aufpassen. Einfügen drücken. Wenn du es zur Garage schaffst, dann kostet das nur, keine Ahnung, ein paar Dollar. 10, 15 oder so. Und manchmal geben sie auch kostenlos. Aber wenn du nicht mehr weiterfahren kannst und auf der Straße irgendwo einfügen drückst, dann viel mehr bezahlen. Das heißt einfach, das Auto am besten nicht kaputt machen. Ja, will ich auch. Also nicht BMG spielen, sondern realistisch viel. Hä? Ich nehme auch keinen Bordstein mit, weil das ist nicht gut für den Reifen. Pinke ist Autohändler. Ja, aber du kannst ja eh nicht noch nichts kaufen. Nee, aber ich könnte gucken. Nein, gucken kann man nicht. Du musst Chat-Commands. Also bei, nehmen wir Missionen an da vorne. Das, das, das sollten wir da. So, jetzt muss ich irgendwas mal, ah, ich muss einfach nur den, dem Weg folgen. Das ist ja natürlich easy. Eieieiei. Ach, du hast die Abkürzung genommen. Ah ja. Ich wusste ja nicht, dass es hier rechts abgeht. Also woher soll ich das? Wo soll ich das wissen? Oh, hier. Oh Gott, die Bremsen sind richtig beschissen. Keine ABS-Tatding. Das gibt's doch nicht. Keine Blinker. Braucht man ja auch eigentlich nicht. Die sind überbewertet hier. Der macht schon Blinker an. Eieieiei. Oh mein Gott. Ah ja, ein Pigeon mit Anhänger. Man kennt's. Ah, da. Oh Gott. Heck. Aua. Meine Hecklampe. Dass man auch einen Anhänger haben kann, ist voll witzig. Aber es aids jetzt mit einem Peculiner einen Anhänger fahren zu fahren. Ja, da fällt mir ein Pigeon anhänger. Ja, noch schlimmer, Junge. Es ist wirklich schrecklich. Mit drei. Ja, okay, wenn er vier Räder hat, geht das ja wenigstens noch. Aber mit drei. Oh. Ei, Digga. Moment. Ich muss die Flasche... Ey. Ich konnte nicht fahren. Ich hab die Flasche in der Hand und ich konnte nicht sehen, was vor mir ist. Ich hab nur gesehen, dass da eine Hauswand ist. Ich hab voll gegen Kraft. Oh, Junge. Der Feder... Hat der überhaupt eine Federung hinten drin? Keine Ahnung. Gefühlt nicht, Digga. So wie ich wieder hinten höppelt. Boing, boing. Links. Oh, ich hasse das. Ich hab schon gedacht, ich drehe mich weg. Aber dass du dich wegdrehst, okay. Boah. Schön die Kurve genommen. Nachher jetzt schon wieder hier hin, okay. Ich hab eigentlich voll den Andrang, den Blinker anzumachen. Aber da fällt mir ein, der hast doch keine Blinker dran. Also bringt's hier auch nichts. Oh, ich hab schon 2826. Nice. Dann kannst du ja gleich mal gucken, was du so kaufen kannst. Ich sag, hier richtig einfach nur hin und her fahren und irgendeinen Kack annehmen. Genau. Oh, es wird dunkel. Ich hab auch nur ein Licht, das ist richtig pischig. Ja. Aber Hauptsache, ich sehe überhaupt irgendwas. Obwohl mir das eine Licht, glaube ich, auch eh nicht so wirklich viel bringt. Und Regen. In der Tat. Regen braucht niemand. Der Regen sieht aus wie so ein Schneesturm auch. Ja, eher schon, aber... Genau. Aber wieder hier, hier war ich doch grad schon. Digga, der Regen fällt so und es sieht so aus, als hätte ich gerade nur 30 FPS, wenn ich in der Außenperspektive bin. Boah, dieser Regen. Ich sehe gar nichts, Junge, mit dieser einen Lampe. Das ist ja wirklich... Da kann ich ja auch blind fahren. Das ist kein großer Unterschied. Ich kann einfach nur der blauen Linie folgen und hoffen, dass kein Baum kommt. Aber ich sehe gar nichts. Oh mein Gott. Alter, ich sehe nichts, wirklich. Und dann der Regen noch. Das ist noch schlimmer. Oh, Kurve. Ich weiß nicht, wie eng. Es ist wirklich schrecklich hier. Du siehst nichts. Aber jetzt auch noch Waldweg. Noch besser, Junge. Da fahre ich lieber langsam. Ich habe keinen Bock, meine Karre zu schrappen. Ah, ich glaube, in der Hoodcam kann ich am besten fahren gerade. In den Verhältnissen hier. Boah, du hast ja gar keine Lampe bei mir mehr. Alter, Junge, fahr mir mal nicht so dicht auf, ey. Deine ganze Front ist eingedäult. Kein Wunder, dass du gar kein Licht mehr hast. Echt? Bei mir ist es nicht so stark. Ach, da könnte ich jetzt tanken, oder was? Ja. Oh, ich muss wirklich mal gleich tanken. Aber das müsste er eigentlich noch aushalten. Oh. Oh mein Gott. Die Kackbremsen. Ey. Ah, gerade so hinbekommen, ey. Oh Gott. Was ist das hier denn für ein Weg? Ach, du Heidigerl. Junge. Für meine Karre eigentlich nicht geeignet, aber gut. Also es ist am besten, direkt am schlauesten eine große Karre zu holen, wo viel reinpasst. Ich habe 4.300 Dollar schon? Ja, moin. Das geht relativ schnell. Ja, okay. Du bist jetzt 500 Meter entfernt. Das ist schon risky, hier mit 100 Ländern zu düsen, weil ich keine Ahnung habe, gerade, wie der Weg ist. Ich kenne die Map zwar gut, aber in Regen und das Dunkel, was ich kaum mal sehe, ist schlecht. Also du fährst dich gut, aber halt die Bremsen. Du weißt halt ganz genau, wenn du Vollbremsen machst, am Arsch bist du. So, die habe ich abgegeben. Oh, der Typ fährt so komisch. Mäh. Oh. Mäh. Oh. Mäh. Oh. Mäh. Oh. Mäh. Oh. Mäh. Jungen, dieser Typ, der ist einfach auf der Gegenspur gefahren und ich hatte keine Ahnung gehabt, was der vorhat. Oh, der Typ, der bei dir auf der Gegenspur gefahren ist. Bist du hier reingefahren? Ja. Ich bin dann ausgewichen, der hätte mich, glaube ich, sonst auch mitgenommen. Hier ist der Typ mit dem Pigeon. Kann ich in der Stadt an der Tanke auch tanken? Nein. Also nur an der... Ai, 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 ai. Nur an der einen Stelle da. Boah. Dann hätte ich doch lieber tanken sollen. Ich meine, ich kriege es nur hin, aber hätte ich das gewusst. Oder nächste Mission. Oder ich kann mir was kaufen. Ich weiß es nicht. Für 5.000 Dollar. Ja, kannst du dir selbst was kaufen. So, und was kann ich jetzt... An der Fach Steuerung W kannst du dir irgendwelche Sachen auswählen. Dann stehen die Preise dran. Ja gut, dann gucke ich mal, was ich hier so mache. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Ai, Junge. Ich weiß gar nicht, was ich hier so mache. Ich weiß gar nicht, was ich hier so mache. Ich weiß gar nicht, was ich hier so mache. Boah. Alter, das ist Rot in Chrom, Junge. Ich sag's dir, das schallert anders rein. Oha. Das sieht halt anders geil aus, Junge. Ich lass das drauf. Dank dem neuen Update da mit diesen Farben kannst du so geile Farben machen. Oh, Junge, die Karre, die sieht schon mal... Ich hab zwar einen Ölkühler dran, aber der bringt mir ja gar nichts noch nicht. Die Karre ist ja dadurch nicht schneller. Aber dafür sieht sie schon mal cooler aus. Ah, ich muss tanken. Das wäre eine gute Mission. Am besten eine Mission nehmen, die zur Tanke führt. Ich fahr einfach zur Tanke so, weil... Hä, füllen die auch ganz auf oder nur ein bisschen? Ich hab sogar extra den Motor ausgemacht auf... Aha. So, meine Jüte. Jetzt bin ich über der Rand voll. Moment, hier gibt es doch direkt einen Auftrag. Bin ich gerade wirklich so doof? Die Lichter hier einspielen? Ja. Nee. Okay. Anscheinend schon, doch. Ey, willst du noch was sagen? Nee, Digi. Lass mal. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Abonniert diesen Kanal, für den Support. Abonniert diesen Kanal, klickt auf das letzte Kack-Video. Abonniert diesen Kanal, LOL. Ciao.